Seit mittlerweile 16 Jahren leben die Reimanns den amerikanischen Traum. Zuerst in Texas und aktuell auf der wunderschönen Insel Hawaii. Ihre Heimat Hamburg vermissen Manuela und Conny nicht im Geringsten. Auch Manuelas Kinder Jason und Janina aus erster Ehe sind in den Staaten geblieben, haben mittlerweile selbst Kinder und machen Manuela damit zur stolzen dreifachen Oma. Auf Instagram präsentiert die 51-Jährige jetzt ihren jüngsten Enkel Charlie. Der kleine Sohn ihrer Tochter Janina ist knapp ein Jahr alt und zuckersüß. Dicke Pausbäckchen, Stupsnase und ein herzliches Lachen, das auch Oma Manuela ansteckt. Voller Glück zeigt sie uns ihren kleinen Charlie und schreibt zum Schnappschuss mit dem jüngsten Familienmitglied Oma Charlie-Zeit. Sie hält ihren Enkelsohn ganz fest im Arm und strahlt überglücklich in die Kamera. Für Manuela ist es ein besonderer Moment. Tochter Janina, Schwiegersohn Coleman und Enkelchen Charlie wohnen in Portland, sechs Flugstunden entfernt von Manuela und Conny. Gemeinsame Momente mit ihren Liebsten sind selten und dafür umso kostbarer. substantialen Esparra. Glocker